Nachdenkseiten. Die kritische Website. Das lässt sich nur verstehen im Lichte einer allgemeinen Kaputt-Strategie, die das Staatsunternehmen endgültig reif für die Übernahme durch die Privaten macht. Die Verantwortlichen sagen das nicht und sprechen auf das Kerngeschäft. Man stelle sich einen alten Mann mit einem goldenen Krückstock vor. Daneben besitzt er ein paar Habseligkeiten, indes nicht von großem Wert. Bei der nächsten Gelegenheit verkauft er den Krückstock gegen viel Geld und schon bei der nächsten Ecke stürzt der Mann und stirbt. Die Deutsche Bahn DB ist gerade im Begriff, ihren goldenen Krückstock zu verkaufen. Mit ihrer Logistiktochter Debbie Schenker will sie ausgerechnet den Konzernteil loswerden, der zuletzt der einzig verbliebene Ertragsbringer war. Allein in den vergangenen zwei Jahren spielte die Sparte fast drei Milliarden Euro Gewinn ein. Ohne diesen Beitrag werden die ohnehin miesen Unternehmensbilanzen mit Sicherheit noch einmal mieser. Und der schon jetzt bedenklich wankende Riese wird noch stärker ins Taumeln geraten. Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten wirkt ein solches Vorgehen wie Harakiri. Die Bosse hacken ihr einzig gehfähiges Bein ab und warten darauf zu verbluten. Nur will die Bahn, nachdem sie über Jahrzehnte als Aktiengesellschaft ihre privatwirtschaftliche Eigenständigkeit hochgehalten hatte, plötzlich nicht mehr nach dem Prinzip Profitmaximierung agieren, sondern für die Menschen da sein. Angeblich. Kommuniziert wird das mit der wohlklingenden Formel, wir kümmern uns ab sofort um unser Kerngeschäft, die Eisenbahn. Am Freitag befand Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP, ein Unternehmen wie Schenker muss sich international aufstellen, um wachsen zu können. Die Bahn hingegen muss sich wieder stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Hier gibt es noch genug zu tun. Zerschlagung leicht gemacht Kurz davor hatte die Kunde von der bevorstehenden Veräußerung Schenkers an den dänischen Logistiker DSV die Runde gemacht. Die noch fällige Zustimmung durch Aufsichtsrat und Eigentümer, also den Bund vorausgesetzt, soll das letzte flotte DB-Pferd für 14,3 Milliarden Euro samt erhoffter Zinserträge für 14,8 Milliarden Euro planmäßig im zweiten Quartal 2025 in den Stall der Konkurrenz im Norden Europas wechseln. Auch das soll gut für die Menschen sein. Ziel sei es, eines der führenden Unternehmen der Transport- und Logistikbranche zu schaffen und Deutschland zu einem noch wichtigeren Markt zu machen, verbreitete der DB-Medienstab. Und der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz versprach eine rosige Zukunft. Im Einklang mit unserer starke Schienestrategie konzentrieren wir uns geschäftlich auf die gemeinwohlorientierte Schieneninfrastruktur in Deutschland sowie klimafreundlichen Personen- und Güterverkehr in Deutschland und Europa. Es gibt Leute, die dem Braten nicht trauen. Viktor Perli von der Bundestagsgruppe Die Linke sieht eine groteske Fehlentscheidung zum Schaden der Bahn. Den Nachdenkseiten sagte er, die Ampel verscherbelt öffentliches Eigentum zum Spottpreis. Ohne Schenker werden die Bahnschulden künftig schneller steigen. Das ist im Interesse derjenigen, die die Bahn zerschlagen und weitere Filetstücke privatisieren wollen. Die allgemeine Sprachregelung lautet freilich auch in diesem Punkt völlig anders. Die Schulden der DB, inzwischen weit über 30 Milliarden Euro, sollen durch den Erlös merklich gesenkt werden. Denn geringere Verbindlichkeiten verhindern Einbußen bei der Kreditwürdigkeit und damit höhere Finanzierungskosten. Beschleunigte Talfahrt Das stimmt zwar, allerdings werden die möglichen Ersparnisse, die drastischen Einschnitte in der Gesamtbilanz nicht annähernd kompensieren. 2023 ergab für die Bahn ein Defizit von 2,4 Milliarden Euro. Trotz der 1,1 Milliarden Euro, die Schenker erwirtschaftete. Im Jahr davor betrug der Schenkerüberschuss sogar 1,8 Milliarden Euro. Alles spricht dafür, dass die DB-Talfahrt anhalten wird. Im Fernverkehr reiht sich ein Unpünktlichkeitsrekord an den nächsten. Der Pannenbetrieb bei kaputter Infrastruktur und historischem Personalmangel, dazu die große Generalsanierung der maroden Schiene mit monatelangen Komplettsperrungen, werden noch mehr Fahrgäste vergraulen. Wie der Fernverkehr steht auch die Frachtsparte DB Cargo tief in den roten Zahlen. Wobei die Aussichten für die kommenden Jahre mehr als trüb sind. Dazu kommen Investitionen zum Zweck der Netzertüchtigung, die, selbst in der unzureichenden Kleckervariante der Ampelregierung, deutlich über denen der Vergangenheit liegen werden. Und das alles will man meist dann ohne den schönen Schenkersegen. Bei einer nicht allzu pessimistischen Prognose dürfte der Verkaufserlös schon in 5, 6 Jahren von neuen Verlusten aufgefressen sein und der Schuldenberg wieder steil in die Höhe schießen. Natürlich kennen die Verantwortlichen die Kennzahlen, aber sie tun so, als hätten sie alles im Griff und als wäre alles wieder prima, wenn demnächst die Eisenbahn endlich wieder richtig Eisenbahn fährt und nicht länger Brummi. Für ein Appel und ein Ei Natürlich soll der Schenker-Rückerwerb im Jahr 2002 hier nicht verteidigt werden. Bis zum Jahr 1991 gehörte der Spediteur der Deutschen Bundesbahn. Das Projekt war Teil der Größenbahnstrategie von Ex-DB-Chef Hartmut Medorn, der aus der Bahn einen global agierenden Logistik-Multi zu Lande, zu Wasser und auf der Schiene machen wollte. Mit grober Vernachlässigung der Schiene, wie sich bald zeigte. Angesagt war, dass sich die Geschäftsfelder gegenseitig befruchten und große Teile der Schenker-Fracht von der Straße auf Güterzüge verladen würden. Tatsächlich aber wuchs der Laden zur konzerninternen Konkurrenz von DB Cargo heran mit verheerenden Folgen für den deutschen Schienengüterverkehr und fürs Klima. Das heißt, ohne Schenker und ähnlich desaströse Auslandsabenteuer, mit denen man inzwischen abgeschlossen hat, zum Beispiel mit der britischen Arriva, wäre die Bahn heute fraglos besser aufgestellt. Aber Arriva war ein Minusgeschäft, während Schenker hoch profitabel ist und bei entsprechendem politischen Willen zu einem echten Schienenlogistiker hätte weiterentwickelt werden können. Stattdessen raus damit und ab damit nach Dänemark. Karl Wassmuth, Sprecher beim Bündnis Bahn für Alle, ist bedient, ob so viel Widersinn. Die Deutsche Bahn liegt am Boden und Volker Wissing tritt noch nach, äußerte er im Gespräch mit den Nachdenkseiten. Verkauft, zurückgekauft, wiederverkauft, Schenker ist geradezu ein Symbol für den unsinnigen Handel mit Stücken der Bahn. Und immer nimmt dabei die DB-Schaden und die Allgemeinheit, auch jetzt wieder. Es gehe gar nicht um die ganzen LKWs und Frachtflugzeuge. Wir benötigen für den Güterverkehr auf der Schiene dringend Know-how in Logistik und Lieferkette, so Wassmuth. Das geht jetzt alles an die Dänen. Für'n Appel und'n Ei. Heuschrecke bevorzugt. An die Dänen gehen auch die rund 75.000 Schenkerbeschäftigten. Zunächst, wohl aber nur vorübergehend. DSV steht im Ruf, mit einer aggressiven Einkaufspolitik Wettbewerber aus dem Weg zu räumen. Und die Beute, ohne Rücksicht auf die Belegschaften, auf Maximalprofit zu trimmen. 2019 schluckte das Unternehmen den Schweizer Logistiker Panalpina und setzte anschließend ein Drittel der Mitarbeiter vor die Tür. Bis voraussichtlich 2027 greift bei Schenker zwar eine Kündigungsschutzklausel, aber danach dürfte kein Job mehr sicher sein. Bei Verdi fürchtet man, dass im Zuge des Abbaus von Doppelstrukturen Tausende der 15.000 Stellen in Deutschland auf der Kippe stehen. Die Angst geht so weit, dass die Gewerkschaft zuletzt sogar dem geschlagenen Mitbieter die Daumen hielt. Capital Partners CBC, eines der weltweit größten Private Equity Unternehmen, die gemeinhin als Heuschrecken verschrien sind. Ob die Macher die Arbeitsplätze geschont hätten, sei dahingestellt. Immerhin traten sie an, Schenker als Marke zu erhalten. Die Dänen dagegen werden wohl auch den traditionsreichen Namen ausradieren. In den Tagen vor der Entscheidung hatten Schenker Mitarbeiter vor den Geschäftsstellen des Unternehmens. Gegen das drohende Unhalt protestiert. Den Entscheidern bei Bahnvorstand und Bundesregierung war das egal. Den Ausschlag pro DSV soll ein geringfügig höheres Gebot gegeben haben. So viel zum Narrativ. Alles zum Wohle der Menschen. Bereit zum Filetieren Die Nachdenkseiten hatten zuletzt in einem an dieser Stelle verlinkten Artikel aufgezeigt, dass sämtliche Jüngeren durch Bahnführung und Bundesregierung getroffenen und geplanten Maßnahmen zur sogenannten Rettung der Bahn das exakte Gegenteil bewirken. Kapitalerhöhung, Schienenmaut, Netzertüchtigung, Deutschlandticket, DB Cargo-Sanierung. Die Effekte sind immer dieselben. Die Angebote im Fernregional- und Güterverkehr werden beschränkt, die Preise erhöht und die ökologische Verkehrswende sabotiert. Am Mittwoch folgt der nächste Akt der Kaputt-Strategie. DB Frontmann Lutz will ein umfassendes sogenanntes Sanierungsprogramm vorlegen, bei dem schon jetzt klar ist, was kommt. Arbeitsplatzabbau, Streckenstreichen, Preise rauf. Das Versagen ist so geballt und penetrant, dass es Absicht sein muss. Schenker zu verschenken passt dann nur ins Bild. Der Deal ist ein Puzzleteil des großen Ausverkaufs. In zwei Jahren soll DB Cargo auf Geheiß der EU-Kommission schwarze Zahlen schreiben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und eine Trennung mit Ansage. Auch in Frankreich musste die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF auf Druck Brüssels einen Großteil ihrer Güterbahnen an die Konkurrenz abtreten. Abgespeckt und ausgezehrt werden bald auch die letzten Reste des integrierten DB-Konzerns zerfleddert. Spätestens bei Vorlage der Bilanzzahlen im Jahr 2025, dann ohne Schenkerprofite, wird die Politik in Anführungszeichen einsehen, dass alle Anstrengungen umsonst waren. Und als Lösung nur mehr eine Privatisierung bleibt. Wahrscheinlich geht's schneller. Nach der Bundestagswahl wird Tacheles geredet. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.